Sie sehen jetzt die Standardeinstellung des BKI Kostenplaners, mit dem Sie Ihre Kostenermittlungen bearbeiten werden. Welche Funktionen haben die verschiedenen Fenster? In den oberen beiden Fenstern erfassen Sie die Angaben zu Ihrem Projekt. In den unteren beiden Fenstern erhalten Sie Informationen aus der BKI Baukostendatenbank. Im oberen linken Fenster wird die DIN 266 zur Navigation innerhalb des Kostenplans genutzt. Oben rechts beschreiben Sie die Ausführungsqualität Ihres Projektes für die gewählte Kostengruppe. Im unteren linken Teil erhalten Sie die Kostenkennwerte der BKI Vergleichsobjekte zu der gewählten Kostengruppe im Projektkostenplan. Unten rechts sehen Sie die Beschreibungen der dokumentierten Objekte aus der BKI Baukostendatenbank. Lassen Sie sich nun durch die einzelnen Fenster des Kostenplaners führen.